hi leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unseren jäger im ww natürlich jetzt seht es ja was haben wir letzte woche macht wir haben akunda befreit von den verrätern und jetzt können wir zum altar gehen mal gucken was in unserem alter erwartet ok das war schon das ging auch schnell in diesem hallen stets willkommen sein ich habe geschworen die königsfamilie ich mir dachte general jacques hat truppen in der wüste und der könig weiß nichts davon die durchsuchen die wüste nach einer waffe die die stadt zerstören kann und töten jeden in ihrem weg keine ahnung was das für eine waffe ist oder wo sie ist aber gut kann das nicht sein wenn jacques sie vom könig verheimlicht wir müssen die waffe finden bevor jacques sie in die schinger kriegt das hört sich nach einem plan an ja noch nie so ein dorf mit so viel vorkommen gesehen wo geht die reise weiter ja reisten muss waren ja die reise geht weiter aber davor macht es wird schon weg ok aber ja ladies wir machen mal ein foto zusammen so dann ihr mal ein foto was macht ihr denn so ihr seid aber auch fotoscheu so und sagt ein foto danke und weiter geht's so unser kleiner fuchs bist du es ist nicht sicher allein zu reisen die ruinen liegen auf dem weg nach semla ich nehme euch gerne mit dolly und dot sind toll aber manchmal will ich auch mit freunden reden wir sind auch freunde ja ohne euch hätten wir nie gefunden kleine also das rad sieht auch nicht gut aus ne alter falter das sieht gut aus das hat aber die an das geht noch aber das vordere die beurte das vorderrad hier das bericht und bestimmt gleich hier irgendwo hin hier hin da oben müssen wir auch noch nicht dass die trolle da vorne eure freunde sind das sind jakra selbst truppen das ist nicht gut das ist nicht gut alle raus aus dem wagen schnell jakra set lässt euch grüßen die arme kleine dolly und wollte hier aber wieso heißen die müssen auf jeden fall ich brauche ein ziel assassiner ich muss zuerst etwas anvisieren ich hör zu die müssen so war war vor jakra set finden ok aber bevor wir hier irgendwen finden heute ihr seht es zirkt kraut und das ärzte oben hole ich mir auch noch und alles mal mitnehmen auf geht's so wollen wir mal auch der wagen noch und die arme die wollte uns eigentlich nur helfen so oder unten ist was schon so eine spinnenkönigin aber die holen wir uns jetzt nicht könnt ihr mal für ein foto stehen bleiben da hätte das sieht gut aus zack ein foto gemacht und weiter geht's wo sind die assassiner so vielleicht unten lang den sanden sei dank euch geht's gut hier drüben ich hab sie gefunden jule warber seid ihr verletzt mir geht's gut aber mein freund macht's nicht mehr lang ihr habt euch mit einem seffrag verbündet das ist eine lange geschichte die kann warten er trifft bald wonsamdi wenn wir uns nicht beeilen lasst mich helfen ich weiß was ihm fehlt hier ist jeder will kommen ich habe auch eine komische truppe hier so sagen wir sechs stoffen blauen krabbeln der tod das kopie der sand verschloss die verschwenderischen um die schlange zu heilen ich erzähle jule warber was wir wissen ok dann wollen wir mal die schlange retten brauchen wir auch alle herkommen bei den käfer brauchen wir gerade nicht aber egal töten sie alle ich würde sagen wir brauchen die brauchen wir ja nicht mehr ich habe kein ziel ich war auch ein ziel sieht aus dem ananas hier hinten kommt es auch gleich wollen wir die schlange retten gucken was die uns bringt ich musste erst etwas anvisieren noch mal weiter so ich habe kein ziel ich hole auch gleich noch mal her alle zusammen ich war ein team war ich habe kein ziel was du kannst hier so stacheln haben wir jetzt brauchen wir nur noch ein paar karten stachel blauen karten hier greifen mich sowieso gleich an du weißt mich auch gleich an wenn ich da lang gehen dann hatte ich gleich mal mit warum ist unser tier tot habe ich gleich darauf geachtet die wachen auch im schaden ja komischerweise ich weiß nicht warum jetzt geht es ab hier wir mussten denn kommt ich muss zuerst etwas anvisieren mal das tier und das tier unser sammelskam wie auch ein ziel gut er ist eigentlich nur so so zack da ist die nächste und da haben wir die aufgabe fertig dann können wir die schlange heilen bin ja mal gespannt so und auf geht's ist das denn später bestimmt jetzt wollen wir es mit schlange heilen heißt die jetzt dolly und dort dort und dolly wollt ihr handeln so mehr für dich wir gehen dahin wo die sande uns führen ich spüre wie meine kraft zurückkehrt das gegengift scheint zu wirken wir müssen stark bleiben das ist eine statu untersuchen hier oben hier gibt es sogar eine aufgabe so ein fuchs mehrere füchse was habt ihr mir denn mitgebracht denkt daran alles hat einen nutzen ok war wir sind eine schlange eine schlange die sie doch toll aus zack so höh wie die läuft äh ja ja start untersuchen welche statu ihr habt unserem imperium nichts entgegen zu setzen erste statu auch gleich auf jeden fall rein jetzt gehen wir erstmal die aufgabe ab lasst mich doch in ruhe zack zack hallo ihr da passt auf euch auf sonst nötig dir irgendwas wegschlange muss zuerst etwas anvisieren hallo ihr da die dünnen geben uns alles was wir brauchen 12 müssen wir von euch töten so kämpfen wir uns gleich mal dadurch würde ich sagen was liegt denn da relikte die muss sich sammeln acht relikte dann werden wir mal den stern mob erstmal erledigen da ist noch ein relikt das nehmen wir auch natürlich mit was haben wir auch noch da da kommen wir haben unser kleiner und tag das das möchtest du dann von ihm weißt du mich auf einen rücken an stimmte nicht mit dir habe kein ziel dahinter ist noch ein relikt so gucken wir mal versteckt der sich denn stimmt oben ja dann machen wir erstmal schnell die aufgabe hier abgeben an der statu findet die fehlen edelsteine neuer land wird als nächstes fallen auch jeder hat bisher gesagt dass unser land fallen wird das noch nie gefallen auch ein ziel auch gleich her wollen wir mal sehen ich habe kein ziel das anvisieren ich habe mal gespannt so die schulen wir dich holen war ich brauche ein ziel ich habe ich dachte sie sind feinde die beiden völkern ich musste erst etwas an die menschen sind hier so laut und wenn wir erst mal die eine aufgabe hier abschließen die brauchen wir dann noch von denen auch drei dann haben wir die eine aufgabe erledigt ich habe kein ziel wenn wir mal was sind das hier irgendwo sein da weiß ich glaube ich wo noch einer ist dann weiß ich glaube ich wo noch einer ist so leute aber wir sind schon am ende dieser folge angelangt ich würde sagen ich muss zuerst etwas anvisieren wir werden nächste woche die schlangen weiter töten wir werden saffiere finden und die stator wieder zusammensetzen und mal gucken was passiert ich bin gespannt und wenn ihr wissen wollt was nächste woche passiert schaltet wieder ein zu einer weiteren let's play folge ww mit unseren horde jäger ich sage bis dahin tschüss und auf wiedersehen danke fürs zuschauen tschüss